hallo und willkommen zurück zum kleinen kumpel und seinen lego marvel gedöns wir sind letztens hier stehen geblieben da waren die zwei schon weg aber egal wir folgen die sind sie weg kann fliegen nehmen ich kann irgendwas anders machen was der andere machen kann ja das will ich doch jetzt gar nicht was kannst du machen nichts doch ich kann segeln wie ein segeltier und wir schauen dass noch man kann nichts weiter unterbrechtig na gut aber der erste hat oder sei es doch leider wer zuerst nein das wurde es nicht gedacht so ist immer also hier bei einem freizeit central park wir sind es beim central park was haben wir denn hier ja und was mache ich jetzt damit ja nicht schüttelt die ganze karte einfach mal aus weil ich ja nichts zu tun habe besseres würde ich meine mentalen kräfte gleich mal hier mal ordentlich auch oder so und jetzt muss ich da drauf und du kannst dich hier in etwas nützliches verwandeln naja ich kann mich jetzt in was nützliches wandeln nicht wirklich oder ich zu das wäre ja psychomäßig wenn er das gemacht hat's gemacht okay so dann mal rein in dieses kleine luftschiff und nun sind wir wo ein schloss das war natürlich jetzt die wichtigste information das breitband internet anschluss ich hoffe mal das kennen würde das auto fantastica ich sollte euch mal so würde ich noch alles haben hier beginnt arterialische luftraum das örtliche wetter düster mit 80 prozentiger stundenwahrscheinlichkeit die fackel und ich gut ich sollte betonen ich habe jetzt beim laden aber den großen nämlich mal jetzt habe ich ja echt was du halt hast du nach dem motto ja ich bin gerade ein bisschen leicht durcheinander habe ich jetzt das ding erwischt nein ich bin voll vorbeigeflogen ganz intelligent ich bin jetzt beim letzten speicherstand mal gelesen stand ich bei 9,7 prozent ich hoffe mal die story ist da nicht mit nicht gemeint bei 9,7 prozent wäre ein bisschen wenig was ich geschafft habe dafür dass wir jetzt schon beim fast zwanzigsten part sind beim zwanzigsten ich glaube es sind sogar schon beim zwanzigsten part und wie gesagt und dafür 9,7 prozent ich habe das erkenne mal einen hubschrauber an den er kriegen kann ich frage mich was er ihnen tolles dafür bietet scheint sich zu lohnen er hat auch eine ganze armee an sicherheitswachen ja ich glaube jetzt geht es rund ach man das war mein spruch oh da haben wir wir wurden vom kurs abgedrängt bitte antworten sie was haben wir jetzt gemacht schmeiß ich jetzt nicht also zumindest haben wir auch schon mal sinnlos drauf und können diese sachen ja nicht schmelzen weil auch jetzt gehen wir nicht auf den sack du könnte ja weil wir es nicht können aber wir können speichern oh ja ist das nicht schön komm ich nehme erstmal den hier den hier will ich haben so da geht es vielleicht ein bisschen schneller hier die ganze anlage ein bisschen klein zu klopfen ja also bräuchte ich jetzt wieder hier halk ne doch dort drümm zertäuschen das ding und wo ist das jetzt eine goldene statue das ding ist jetzt nicht wirklich gerade wieder aufgetaucht oder halk verschnitt okay das ding ist doch wieder aufgetaucht na komm her und jetzt also mit denen kann man das gleiche machen und ich habe da gerade meine geile idee na komm her na na ich bin zu nah dran oder zu weit weg eins von beiden oder beides nein so hat es nicht gedacht bleib hier kommt zurück kommt auch wieder auf buhmmm da auch wieder auf klopf 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 sooo das ding will mir jetzt rollen oder so dann mach ich halt so rutschti meer die bockkele runter klopf ja mit dem teil funktioniert das natürlich ist klar so weit wenn es mit sonst nichts funktioniert auch mit dem teil funktioniert das muss ich jetzt hier drin setzen oder hier ich hatte keine ahnung kleck hat es gemacht ein klick und jetzt dahin nein dahin dahin ich habe gerade keine ahnung wo ich damit hin soll naja was soll ich damit hin ups tschuldigung ach so ich kann das ding mit auseinanderbasteln ja wir können auch schon mal auch die ganze sache ein bisschen hin demolieren naja das ist ja wieder so wir brauchen jetzt mal eine treppe einfach mal zwei hier klick klick und eins davor so und damit zum oben keine ahnung ob das jetzt soweit richtig war passiert na komm ich drück doch b willst du mich rollen das würde schon sagen ja brauchst du einen kleinen joker spielen oder wasser naja was kannst da klopft dort gemütlich auf mich drauf ein ist so nicht süß komm naja so so was haben wir hier da brauchen wir die dazu die kleine blonde ach das ist ja wieder spidey ja nee ist klar naja kann ich das auch irgendwann das hindrehen ähm ich treppe auf diesen sateliten und töte ihn damit oder nicht und das war's sehr leicht gestrickt dieses spiel muss ich sagen also ich finde das ist doch ja sehr buff sehr wie soll ich das ausdrücken ich weiß es gerade nicht sehr leicht gestrickt ne also ich würde ich das mal so direkt mal sagen so dann mal rüber und hau den lukas kloppen wir das ding was nicht zu kloppen geht schade eigentlich es ist wieder deprimierend wir müssen ja wieder das also ich muss sagen hier das true belief ist ja diese schüssel könnte die quelle für die störungen sein ja wir müssen sie deaktivieren ok das dürfte das gängere problem werden ne wie gesagt aber das true belief das scheint hier ein bisschen einfacher zu sein als hier wie beim lego star wars gedöhnt mal gucken ob ich das da hinüber fragen kann oh jungs was wollt ihr denn von mir kommt ja zu baba und yes und ruf auf den kunden und auf die ecken oh ups ja schön schön die alte kleine weggeleitet dort ja ja guck das weiter guck mal ich das nochmal kann komm her jetzt komm her ja ja guck mal ich besorgs da richtig ja die stöhnt ja richtig und weg war der kopf ok danke für das gespräch du ich kann mich wieder in etwas nützliches verwandeln uhu ist da ein fahrrad da ist ein fahrrad da ist ein fahrrad da ist ein fahrrad ok danke für das gespräch so und was ist mit dem akkuschrauber wir haben uns jetzt in einen akkuschrauber verwandelt ja ist klar soweit so tipptipptipp achso ich muss jetzt irgendwas machen wo ist das richtig ach ne das war falsch glaube ich oder ach ne doch nicht richtig cool bitte melden hört ihr mich ihr phantastischen vier he nein wir haben einen funkmast ausgeschaltet der unsere signale blockiert hat naja haben wir auf der anderen seite des schlosses wir könnten verstärkung gebrauchen schnell naja ok so also darauf gehts leider nicht das heißt ach schon kurz den haudi lukas nehmen dieses scheiß ding da bissl mal demolieren ich glaub wir brauchen flamme dafür flamme rumpf so wir machen das auf der konverziellen Art konverziellen 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 Art und Weise wir machen das auf der einfachen Art und Weise so würde ich sagen konverziellen konverziellen so warum löst du dich nicht einmal in luft auf was um die unsichtbar zu machen und drücke hab ich doch so jetzt müssen wir nicht rollen oder na los achso das ist ja wieder kann ich ja wieder kanne spielen und was bringt das kanne spielen boing boing das ist so eigentlich so sinnfrei muss ich sagen dieses kanne gespiele was drücke als unsichtbare b was da wird die mich jetzt freuen ah ja aber wieso denn drücke als unsichtbare b ich kann ja noch nicht mal als unsichtbar machen so äh das ist ja ja das ist ja das drücke als unsichtbare b um das das ist cool drücke als die unsichtbare b um unsichtbar zu werden ich drücke b ich drücke und drücke ich drücke immer noch b jetzt sehen wir was ich mache das ist das hier also ich werde nicht unsichtbar ja von daher erkennt mich mal so wir machen das mal einfach mal ganz einfach so ich krieg mich ach ja ach das ist unsichtbar ah so ist das gedacht das ist unsichtbar wenn ich in diesen links bin das soll unsichtbar darstellen ah sei trotz da kann ich nur eins sagen haut drauf haut drauf so das ist für gold das kann ich nicht achso ich bin unsichtbar weil mich keiner sieht jungen jungen achso da kann ich mich dann als mister hau mich blau knete masse macht denn der da oben rumpf hahaha der freut sich weil er drauf kloppen kann ne ist klar soweit mit euren kräften solltet ihr bestimmte objekte bewegen können ok und jetzt rumpf ach ja da hüpfen wieder die kleinen süßen lego teilchen rum so bleibt doch dort drin das gibt es nicht na komm jetzt machen wir uns erstmal wieder von der kateekanne zurück und ja na komm oh ja ist doch haut ab du elendiger hurra utan du so kleiner prothesen heini komm her ich weiß bloß immer noch nicht was das mit dieser teekanne auf sich hat warum ich mich in einer teekanne hier verwandeln kann ich verstehe diese Art von logik nicht ja tadeem rumpf 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 aber ich weiß nicht ich glaube ich muss es auch nicht verstehen oder ah so machen wir das mal auf hier und nun habe ich ah mit dem laserschild geändert oh ja ist ja toll öööööö die ballern sich heute noch ein bisschen natürlich auch sehr nett finde dass sie das tun eigentlich so an sich ich verstehe nicht wieso aber es ist nett es geht einfach mal um die höflichkeit das ist ja mal ein schöner blitzi marie ein blitzi marie kommst du jetzt her nicht schade kann ich jetzt so und rufen auch nicht schade macht es halt so kommen jetzt herr jetzt die kriebe kann ich auch mal bedrücken ja da zeigt man ja gut dann tun wir halt noch ein paar stühle demolieren es beide ist auch schon wieder mit am start hier und ich habe wieder glatt vergessen gucken was die zeit so bringt oder auch nicht auch junge rumpf ja oh mein gott ist so leid ich muss euch sagen es ist schon sehr interessant dieses spiel zu spielen oder auch nicht so jetzt wollen wir dich jetzt wieder hier nähe den dicken großen platz brauche ich ja nicht ja den haut drauf genau weil haut drauf nur leide mit telekinese können dass ich kann ja einschlagen aber nichts passiert ist das geil hier normal die guckt in der wand in meiner hand ja hier später nicht mit grafikpacks nein wir nicht so wo wir sollten die alle hier unten gibt es irgendwie bananen oder so das ding gegen das hause und jetzt brauche ich einen schlangen menschen kommt und ich kann mich jetzt so durchgehen kommen auch wenn die männer noch mal das machen würden was ich will wäre schon interessant fast noch daneben geflogen na komm 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 na toll wieder die teile runter gefallen so jetzt verwandeln wir uns gleich wieder in was ich weiß nicht in was aber schauen wir mal was ist denn das ok da ist gerade einer abgestürzt ist das geil da ist er wieder da ist flamme und irgendwas anders noch vor tesla spulen ja und was uns jetzt hier erwartet nach diesem checkpoint und das dann im nächsten part mit einem kleinen kumpel von daher tschö müde oder so das dann im nächsten part mit einem kleinen kumpel von der 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 kumpel